hallo ich ist martin von mann im angst dass die dax analyse für nun mittwoch den 16 8 2023 und unser dax hat sich hier schon ein paar strom schnell nach unten geschmissen zum dienstag und steht weiterhin vor oder war es weiterhin vor der kippe steht ja auch ganz gut vor der kippe dass da auch mehr draus werden könnte so richtig glaube ich noch nicht aber ich muss auch ganz ehrlich sagen und das habt ihr auch gestern so raus gehört bestimmt ich hätte nicht komplett unten raus rennen sehen zum dienstag also dass er sich von früh bis spät komplett unten raus kämpft das war definitiv nicht mein hauptsächlich erwartete szenario ich meine wir haben in unserem wenn dann prinzip das hat er gut gemacht ja wir haben ja gesagt wenn er oben die 9 70 sich runter dreht wieder unter 9 20 fällt dass das auf jeden fall oben das komplett erwirken wird wir haben gesagt wenn unter 800 fällt dass er dann auch wieder bis zu 700 geht auch das hat er gut bedient aber ich hätte halt einfach nicht erwartet ja also ist er deutlich schwächer gewesen und wenn ich jetzt sage zum mittwoch würde ich persönlich auch nicht erwarten dass er weiter durch schritt weil er eben in dieser range der ganzen letzten tage wochen immer wieder zurück immer wieder seitwärts gelaufen ist heißt das aber nicht dass er das nicht trotzdem kann ja und deswegen ist es jetzt hier auch noch mal wichtig sehr sehr genau hinzugucken ich vermute aber fast dass wir einen gespiegelten tag zum dienstag kriegen können ich könnte mir gut vorstellen dass wir am morgen unten rein stoßen auch mal unter die 700 euro drunter gehen mal vielleicht die 670 anschlagen die wir hier vor paar tagen immer mal mit aufgeführt hatten das kann aber auch eine schippe weitergehen und wenn es eine schippe weitergeht dann habe ich hier im bereich um 560 540 noch mal was also eher auf sogar 560 550 und dann muss man schon fast sagen dass man das letzte tief dann hier zitieren darf und das ist im bereich um 455 ja also könnte man fast sagen wenn unser dax auch unter der 670 wegkippt dann haben wir 550 und 450 als ziele oder 560 und 460 als ziele bevor dann auf tagesebene die 360 das ist die 30 ist das große hauptziel ne so wie oben für die aufwärtsbewegung dieser gap close hier eigentlich eines der wichtigsten hauptzielen überhaupt ist haben wir immer wieder gesagt habe auch gestern euch erzählt dass ich mir sehr gut vorstellen könnte dass ich der markt erstmal hier hoch rein dreht und dann runter fallen lässt dafür hat er jetzt nicht unbedingt eine gute basis geschaffen zum zum dienstag das muss man ganz klar so sagen definitiv aber er hat es auch noch nicht komplett boykottiert weil er ist noch komplett in der bewegungsspanne der letzten tage er hatte deutlich ausgebremst ich habe klipp und klar gesagt ich möchte am dienstag den oben rausschieben sehen ich möchte mit mit schwung dass er da jetzt noch raus aber das hat er nicht getan es ist deutlich schwächer als ich das gedacht und erwartet habe und deswegen sollten wir es erwähnt haben was um die 16 250 als ziel für kaufstärke wäre ist ja unten die 360 ja das ist hier dieser gap close und es die 200 tage linie und das ist halt attraktiv auf der unterseite ja und ich würde deswegen mir genau angucken wie reagierte am morgen im bereich um 700 670 und wenn er da tiefer geht ich würde mich schon im short nicht verwehren ja auch wenn ich am dienstag dann nicht ganz so offen war ich würde mich am mittwoch jetzt dem nicht verwehren auch am donnerstag oder freitag nicht wenn er mir jetzt zeigt dass er wille hat hier richtung 360 zu gehen also die zwischenstation sind dann noch mal um es auf den punkt zu bringen die 5 doch die 5 60 50 das war unser trend die dem zwei schon die 455 das ist dieses t4 460 und dann die 360 kannst du fast sagen 5 60 460 360 dann kannst du hunderte schritten abarbeiten und ich denke so wird es sich auch gut handeln lassen und das ist eigentlich schön wenn er immer so große abstände zwischen seinen bewegungs zielen hat na dann muss man ihm nicht immer schon zu früh auf den leim gehen da kann man auch ein bisschen zappeln lassen und kriegt aber trotzdem noch genug punkte hin wenn man dann entsprechendes signal auf seinen kerzen für die jeweiligen ziele hat also dass das auf der unterseite was würde ich sehen wollen um ihm oben raus ein bisschen schwung zu geben ich muss auch dazu sagen dass ich mir das sogar eher vorstellen könnte noch dass wir warte ich muss kurz eine linie zurückschieben die wollte ich nicht verschieben ich könnte mir gut vorstellen für ein bullisches szenario dass wir jetzt einen tiefen startreihen kriegen dass wir relativ früh schon vor 9 uhr vielleicht sogar den bereich um 6 70 einmal anstechen und aber auskontern und zwar auch deutlich nach der exetra eröffnung auskontern nach 9 uhr 39 hier nach oben ziehen erst mal das gäbe zum vortag zu machen das liegt jetzt im bereich um 47 und dass er dann anfängt wieder hoch zu arbeiten das heißt er geht zuerst in die 830 rein 830 super gern gespielte marke die letzten tage ja und wenn er die 830 dann abgezappelt hat sich dort ein bisschen abreagiert hat dass er dann auch wieder hoch geht 2 49 und auch dann später weiter das könnte ich mir auf so eine situation eigentlich gut vorstellen es würde auch schön auf dieses hin und her spiel passen was wir hier wirklich jetzt immer wieder sehen und deswegen ich persönlich gucke genau hin sehen wir hier 776 ein aufdrehen nach oben würde ich versuchen den dax zu handeln in die 740 rein in die 830 rein oberhalb von 830 sogar wieder richtung 940 und mehr 950 vielleicht sogar eher ja aber wenn er unter der 700 bleibt auch vielleicht ich sag mal nach 10 uhr überhaupt kein anzeichen bringt hier aufdrehen zu wollen dann darf er tiefer dann darf er tiefer ja ähm 550 555 560 dann haben wir unten die 455 die 460 und dann das hauptziel bei 360 das würde ich jetzt zum mittwoch nicht erwarten ja ich denke wenn er weiter schwach notiert dann dürfte es eher hier so auf 550 dann wieder rücklauf in die ah 690 700 von unten das wird natürlich auch super geil mal anzuspielen ne das ist eine schöne stolze Marke die hat jetzt so reingestochen hier nach unten die zuckt auch bestimmt schön wenn wir von unten dran kommen ja ich könnte mir sowas zum mittwoch dann gut vorstellen ne das wird zum mittwoch das hier unten erreichen donnerstag nach oben anschnappen wieder runter ja ähm wenn er negativ notiert wenn er negativ notiert und das nicht macht heißt also im konkreten Fall auch ich würde nicht 8 Uhr schon in den Trade reingehen ich würde auch noch 9 Uhr nicht in den Trade reingehen sondern mir die Bewegung erstmal angucken und dann wird man denke ich schon sehr gut sehen will er Bulli spielen, will er Bäre spielen ne ähm ja ich denke so wird man was mitnehmen können daher würde ich die Analyse jetzt hier auch schon zumachen ja ne ich habe alles gesagt von daher ich mache aus wünsche euch was wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschüss wie es we we das we am die we y oh Vielen Dank.